Sie suchen noch nach dem idealen Reiseziel für Ihren Urlaub 2015? Dann informieren Sie sich doch auf der 7. Berliner Tourismusmesse am 10. und 11. Januar im Berliner Kongresscenter am Alexanderplatz. Auf drei Ebenen präsentieren über 80 renommierte Reiseveranstalter, Kreuzfahrtunternehmen, Hoteliers und Tourismusverbände eine Vielzahl attraktiver Reiseziele im In- und Ausland, zudem Fluss- und Hochseekreuzfahrten, Wellness- und Erlebnisreisen. Hier erfahren Sie alles über die neuesten Reisetrends 2015. Dazu ein buntes Bühnenprogramm, große Tombola mit vielen Reisegewinnen und kostenlose Stadtrundfahrten mit den eigenen Wörlitz-Tourist-Luxusbussen. 7. Berliner Tourismusmesse im BCC am Alex vom 10. bis 11. Januar. Eintritt 5 Euro. Eine Initiative von Wörlitz-Tourist, Ihrem Berliner Reiseveranstalter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017